Wir befinden uns in K425 neben dem Tank B53. Das ist ein Kugeltank mit 4.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Wir schlagen Einsatzstoffe für die BASF im Hafen um, lagern sie hier im Tanklager. Und dort war unsere Aufgabe innerhalb kürzester Zeit eine Tankhebung durchzuführen. Wir befinden uns im Werk auf aufgefülltem Gelände, Altreinarmen und deswegen werden alle setzungsempfindlichen Bauwerke regelmäßig überprüft und wenn man Differenzen feststellt, dann wird gehandelt. Das Besondere an der Wartung war, dass wir einen Behälter über 18 Stützen auf einmal anheben. Wenn eine Pressenkraft an einer Stelle zu hoch ist, dann könnte ich die Kugel beim Hochpressen ja auch beschädigen. Und deswegen ist exakt vorzuplanen, welche Pressenkräfte gebe ich drauf. Jedes Fundament war individuell angepasst. Dann kamen nochmal separate Stapelhölzer, um die kleinen Pressen in die große Kammer auf Höhe bringen zu können. Und dann eben noch Stahlteile, die wir eingelegt haben. Und dann wurde die Hydraulik angepresst, bis sie anliegt, dass alle Pressen den identischen Druck haben. Und dann hatten wir die Sicherheit, dass jede Stütze auch die gleiche Last haben. Durch diese Maßnahme hier sichern wir die Sandversorgung und ertüchtigen die Kugel für die nächsten 20 bis 60 Jahre.